Hallo, Donnerstag den 22. Februar 2024 und es geht los. Es ist jetzt 8.15 Uhr und überpünktlich kommen wir weg, aber wir hören natürlich absolutes scheiß Wetter. Soll der ganze Tag so sein, aber mal schauen. Wir wollen heute bis NSI kommen und euch wünschen wir trotzdem scheiß Wetter, auch alles Gute. Euch wünschen wir auch scheiß Wetter. Das sagst du. Ja, hast du gesagt. Habe ich in Ordnung gesagt? Ja, ist gut. Du bist doch wieder ein. Ja, ist gut. Natürlich wünsche ich mir euch schönes Wetter, auch so wie wir auch. Also, machen Sie gut. Ciao, ciao. Unsere erste Etappe führt uns heute von Dankstetten durch die komplette Schweiz. Über Bern fahren wir Richtung Lausanne, dann nach Genf und dort die letzten Meter über die Landstraße nach On Enesi bzw. Langes. klassische Köln. Rägen, regeln, regeln. Härchen! Ja, ich habe schon hier. Das ist so. prophetische Kläste. Ziemlichkei Dann weg, regeln, regeln, regeln. Es ist rund 150 km gefahren, bis jetzt auf Höhe von Mortensee und dann zweieinhalb Stunden gebraucht. Eigentlich ist das Wetter bis jetzt, jetzt wird der Kanz gleich ein bisschen vom Verkehr aufhellen und auch von der Gischt und vom Nebel ist es besser. Aber bis jetzt war es schon recht mühsam. Oh, und es gießt und schüttet wie die Sau. Aber was für ein Seh das ist? Weiß ich nicht. Was ist denn hier? Sto, Sto, auch den Sto. Ja. Hier ist es. Oh, fuck yeah. Oh, Gott. Ich kann dir nicht weg. Ich bin hier ein Torn. Ein Torn übernehmen. Ja. Jetzt kommen wir zusammen! Ich bin hier im Reise grassen. Ich weiß, was ich glaube ich bin, ist es für so. Angekommen in Annecy und mein Schatzi hat gekocht bzw. für sich ein Wurstsalat und für mich ein Topf. Hallo zusammen, wir sind gut in Annecy angekommen, ist relativ gut gelaufen, die Autobahn war von Bern ab frei, hat allerdings ziemlich geschüttet und auch hier schüttet es, aber wir sind unterwegs, das ist das Wichtige. Alles klar, macht's gut, tschüss. Vielen Dank.